... in Istanbul, praktisch im eigenen Haus des Weltmeisters, da hat Zander mit 4 zu 2 in der Verlängerung gewonnen. Und bei der Weltmeisterschaft 95, da hat Erdikaja Zander den Titel auf den Weg dahin verbaut. Also, die Halle ist ausverkauft, 6000 Zuschauer und eine Reihe davon auch aus dem deutschen Lager. Sie hoffen auf die erste deutsche Goldmedaille bei diesen Spielen. Thomas Zander, der Mann im blauen Ringer-Dress, 28-jährig, seit 25 Jahren aktiv. Konnte eher ringen als schreiben. Und Schlag gegen den Arm, da muss er aufpassen. Es wird natürlich jetzt der Hamza Jalikaja probieren auszunutzen, gerade über die linke Seite von Zander die Angriffe zu suchen. Dr. Volker Jägermann hat den Ahlener wieder in Schuss gebracht. Er sagt, was kann ich tun für ihn, ich habe medizinisch das Beste versucht. Er muss es vor allem im Kopf verarbeiten. Aber Zander ist so lange dabei und er weiß, worum es hier geht. Hier geht es um olympisches Gold. Die Tür, vor der er steht, die will er nun endlich aufstoßen. Thomas Zander muss in die Ringerbank. Hier haben wir den Doktor mit der Brille. Dr. Volker Jägermann und den Bundestrainer Lothar Roch. Vorteil für Hamza Jalikaja, der natürlich am Boden ein ausgezeichneter Mann ist. Er wird ihn versuchen jetzt zu rollen, zu drehen oder auszuheben. Keine Wertung. Thomas Zander ist auf dem Bauch gelandet. Der schluckt das Herz für ein paar Sekunden schneller, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Der Türke ist unheimlich schnell auf den Beinen. Und bekommt zwei Punkte. So zeigt es der Mattenleiter zumindest an. War es eine Aktion? Die Außenrichter sind sich noch nicht ganz einig, deshalb diese Diskussion. Er hatte den Fuß mit einbezogen. Deshalb bleibt diese Aktion ohne Wertung. Aber Thomas Zander muss wieder in die Bodenlage. Und er ist Wiesel, flink dieser Hamza Jalikaja und er hat Kräfte. Schauen Sie sich das an. Das wird schwer für Thomas Zander da rauszukommen. Zwei Punkte für den Türken. Noch gut drei Minuten Kampfzeit. Er probiert es erneut. Zander wehrt sich mit allen Mitteln. Gott sei Dank geht der Kampf im Stand weiter. Und das ist eigentlich die Stärke des Thomas Zander. Aber hat er noch die Kraft. Das Gefecht gestern gegen Svea. Dieses üble Mitspielen des Russen. Die Kaya jetzt vielleicht doch ein bisschen verhalten. Er weiß, er hat erst einmal drei Punkte vorgelegt. Vor vier Jahren war Thomas Zander Siebenter in Barcelona. Und jetzt hat Thomas Zander die Chance, vielleicht aus diesem leichten Vorteil etwas zu machen. Hamza Jalikaja muss in die Ringerbank. Kann der Polizist aus Ahlen hier vielleicht den 82-Kiloman aus Istanbul ausheben? Er probiert es. Noch sitzt der Griff nicht richtig. Aber schauen Sie, Hamza Jalikaja die Flucht zum Mattenrand sucht. Da will er hin. So offensichtlich darf er es nicht tun. Aber jetzt versucht Thomas Zander einen Durchdreher. Der bleibt ohne Wertung. Noch knapp zwei Minuten. Thomas Zander. Der viermal Europameister war. 90, 92, 93 und 94. Weltmeister 94. Dessen Ziel es war eine olympische Medaille zu gewinnen. Das hat er geschafft. Aber er kann nach den Sternen greifen. Er kann Gold gewinnen. Er liegt zurück mit drei Punkten. Und hat noch anderthalb Minuten Zeit, diesen Rückstand erst einmal auszugleichen. Da haben Sie gesehen, was der Bundestrainer zeigt. Er soll ihn versuchen am Arm zu fassen und dann herunter zu ziehen. Thomas Zander hat jetzt Schmerzen im Oberschenkel. Er wird vereist. Da geht man in Klausur. Vier Jahre haben sie auf diesen Tag hingearbeitet. Ein Tag, der für Thomas Zander schon freilich so freundlich ist, aber der wolkenlos sein kann. Dann nämlich, wenn er hier diesen Türken bezwingt. Noch eine Minute Kampfzeit. Und in eingeblendet, Hamza Jelikaja führt mit 3 zu 0. Und der Türke ist passiv, muss wieder in die Ringerbank. Vielleicht schafft es ja Thomas Zander jetzt, ihn auszuheben oder durchzudrehen. Aber obwohl Jelikaja erst 20 Jahre alt ist, er ist mit allen Wassern gewaschen. Ein physisch starker Mann. Erkrabbelt von der Matte. Thomas Zander hatte ihn. Er kriegt ihn nicht richtig in den Stand. Noch 39 Sekunden. Im Olympischen Dorf hing ein Plakat. Thomas halte durch. Und er hat durchgehalten. Hat heute im Halbfinale Goca Cicuasvili aus Israel mit einer taktischen und kämpferischen Meisterleistung. 3 zu 1 bezwungen. Aber hier in diesem Finale gegen den Türken Hamza Jelikaja. Da sieht es für den Ahlener nicht so gut aus. Der Türke führt durch eine Anfangsaktion. Gleich zu Beginn des Kampfes. Und er rettet sich über die Zeit. Thomas Zander versucht alles. Gibt in diesen letzten Sekunden sein Bestes. Vielleicht schafft er es ja doch noch, ihn auszuheben. Aber der Türke reicht schon den Arm hoch. Er hat gewonnen. Gold für Hamza Jelikaja, der hier in den Salto rückwärts macht. Und Thomas Zander, er soll nicht traurig sein. Er ist zwar geschlagen, er hat das ganz, ganz große Ding verpasst. Vielleicht.